Wir freuen uns, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir freuen uns, dass wir ein Endspiel haben im letzten Gruppenspiel. Es war ein hundertprozentiger Arbeitssieg. Ich glaube, wir haben alles versucht reinzupacken, was man in so einer Phase gegen so einen Gegner machen kann. Die Leidenschaft und der Fight für dieses Spiel war da. Dass Arsenal London eine bessere Mannschaft war, mit der besseren Struktur, mit den Einsatzspielern, die immer wieder gefährlich waren. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Aber dieser bedingungslose Kampf, der hat mich beeindruckt. Freut mich, dass wir hier was mitnehmen konnten. Es ist schön, wenn man wieder ein paar glückliche, zufriedene Gesichter in der Kabine sitzen hat. Dann tut das gut. Dann freut man sich. Und hofft da ein bisschen Schwung, dann wieder mitnehmen zu können. Aber Sie haben natürlich recht, es ist uns bislang weniger gut gelungen. Irgendwann einmal, ja, irgendwann einmal in ein paar Jahren, werden wir sich dann zu Hause denken, okay, wir haben in Köln einmal Arsenal London geschlagen. Aber da war nicht nur ein bisschen zusammen. Vielen Dank.